gut sagen wir was dazu also wir machen jetzt 18 karat gold da nehme ich den goldweiser dafür und das können wir auch unverdünnt nehmen entfetten aktivieren mit den ersten zwei stufen vierte stufe drehrad ungefähr auf 12 uhr position minus immer an das teil klippen destillierten wasser absprühen drüber fahren weiß gold so Einfache Übung, geht auf Gold immer am besten. Man kann auch den Goldfläsch nehmen mit 2 Gramm auf den Liter und dann über die Goldfläche direkt vergolden mit Weißgold. Wie gesagt, mit wenig Spannung, wenn es schwarz wird, ist es zu viel. Dann einfach entsprechend reduzieren. Und je öfters man über die Fläche fährt, desto dicker wird die Schicht. Schlussab sprühen mit destilliertem Wasser, nachpolieren mit einem Mikrofasertuch und fertig. 24 Grad Heißgold.